Wir haben uns für 3Shape entschieden und vor allen Dingen für den 2000D-Scanner, weil wir dadurch einen Zeitvorteil realisieren, weil das Scannen von zwei Objekten parallel möglich ist. Insbesondere konnten wir dadurch die Durchlaufzeiten in unserem Designprozess reduzieren und wir erreichen heute durch die 3Shape Software eine höhere Bandbreite als mit unseren bisher verwendeten Produkten. Das ermöglicht uns eine größere Vielfalt und deswegen haben wir uns auch für 3Shape entschieden. Es war relativ einfach, die Umstellung für die Techniker, die vorher noch keine Berührung mit 3Shape hatten, weil wir zum einen gut eingewiesen und geschult wurden und zum anderen eben auch die Software sehr intuitiv und transparent ist, leicht zu erlernen. Insofern ist denen die Umstellung bisher nach unseren Erfahrungen relativ leicht gefallen. Wir sehen aber als Kunde von 3Shape schon noch den Nutzen dieser Lizenzgebühren und fühlen eigentlich unser Geld an dieser Stelle gut investiert, weil es ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung, der Software dadurch abgesichert und garantiert. Da war zum Glück 3Shape in den letzten Jahren sehr aktiv, was wir gut finden. Und auch das unterstützende Schulungsprogramm und Einweisungsprogramm bei neuen Software-Updates funktioniert gut. Also die Umstellung von unserer vorherigen Lösung auf die 3Shape Software ist uns eigentlich nicht wirklich schwer gefallen. Heute spüren wir das kaum noch, dass es mal ein anderes System gab, weil wir sehr sicher mit 3Shape arbeiten.